300 Euro für Sie. Gehen Sie mit? Aber ich kann immer noch Nein sagen. Ja. Okay, dann komme ich jetzt erst mal. Bring mal. Für 300 Euro haben wir die 19-jährige Katharina am Haken. Die Auszubildende trägt ihre Haare schon seit 10 Jahren lang. Und schwupps, sind die Zweifel auch schon zurück. Das Risiko ist zu groß, das Schmerzensgeld zu gering. Sind Sie mutig? Machen Sie mit? Sind Sie bereit? Weiß ich noch nicht genau. Woran liegt es denn? Woran scheitert es denn? Oder was lässt Sie denn noch zweifeln? Ja, weil ich halt nicht weiß, wie es aussieht. Unsicherheit. Mhm, unsicherheit. Ja. Also Sie wollten noch mit mir verhandeln. Vielleicht zeigen Sie gleich. Ich wollte mit Ihnen verhandeln. Ich glaube, Sie wollten noch mit mir verhandeln. Worüber denn? Über das Geld. Gut, 350. Also 400 Euro für die Paare. 450. Gut, letztes Wort. 450. Okay. Jetzt aber. Per Handschlag wird das Ganze besiegelt. Für 450 Mäuse trennt sich Katharina schweren Herzens von ihrer blonden Mähne. Damit die Überraschung auch so richtig gelingt, haben wir den Spiegel blickdicht gemacht. Sie darf ihren neuen Kopf erst sehen, wenn er ganz fertig ist. Aber fühlen darf sie schon vorher. Wie fühlt es sich an? Als wäre da nichts mehr. Als wäre da nichts mehr? Ja, nein. So sieht es wirklich nicht aus. Das kann ich Sie beruhigen. Ich bin gespannt. Ist das ein Abenteuer für Sie? Ja, auf jeden Fall. Wie würden Sie jetzt im Moment Ihr Gefühl beschreiben? Hm, immer noch ein bisschen Angst. Verständlich bei dem Haufen Haare, der jetzt leider nicht mehr ihr Köpfchen schmückt. Es folgt der große Moment des ersten Blicks in den Spiegel. Mach einfach weg. Das braucht man nicht mehr, das Papier. Und? Das ist ungewohnt. Darf ich machen mal richtig Platz hier? So kurz? Das gefällt mir schon. Ehrlich? Ja, schon. Oh, da sind wir alle erleichtert. Ich bin Supreme. Ja? Ja. Ungewohnt, aber doch, hat was. Ja, vor allem etwas sehr Mutiges. Katharina vorher und nach dem Umschnitt. Aber auch wenn pfiffige Kurzhafrisuren gerade in sind, ist das... Tatsächlich? Nicht schlecht. Ich finde es jetzt eigentlich auf jeden Fall ein bisschen auffälliger. Also jetzt sind sie mehr so ein bisschen eine Persönlichkeit, finde ich. Welche gefällt Ihnen besser? Ja, ihr glaubt es nicht. Diese Junge da. Und ja, es ist tatsächlich dieselbe. Doch erkennt das auch ihre Familie? Wir begleiten Katharina nach Hause und sind gespannt, wie ihre Eltern reagieren werden. Mutter Olga ist baff. Wir kommen von RTL.12. Wir waren mit ihrer Tochter gerade in der Stadt und sie hat sich etwas umgestylt. Ich muss sagen. Was sagen Sie dazu? Ja, sieht toll aus. Ehrlich? Ja. Das passt doch prima jetzt. Prima, ja. Ist nicht schlimm, dass die so kurz sind. Nein, nein, aber warum? Auch der Papa im Garten braucht ein paar Sekündchen, um seine Tochter zu erkennen. Hallo Papa. Ihr kennt Ihre Tochter wieder? Ja, aber von Ihnen habe ich nicht gekannt. Und jetzt ist es richtig. Sieht doch hübsch aus, oder? Ja, wirklich. Sieht gut aus. Ich gucke immer, dass Sie denken, das ist mein Tochter oder nicht. Katharina, Katharina. Toll aus. Katharina, Katharina, das war ein absoluter Volltreffer. Mit ihrem Mut hat die 19-Jährige nicht nur ihre Eltern beeindruckt, sondern wohl jede Frau, die sich bisher nicht so recht getraut hat.